Kleine Tierchen face to face, also von Angesicht zu Angesicht, zeigt die aktuelle Fotoausstellung von Mo Rösler in der Volkshochschule Tübingen. Insekten finden sich auch in der Stadt, beispielsweise auf Randstreifen, Verkehrsinseln oder kleinen Vorgärten. Nur fallen sie da kaum jemandem auf. Die Porträts der Ausstellung zeigen, welche kleine Welt den meisten Menschen verborgen bleibt. Die Bilder sind noch bis zum 14. Juni im ersten Obergeschoss der VHS Tübingen zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017